Ochsen stehen herum um ein Blumenbeet. Auf dem Beete steht Feigulein, Tulipan, Chrysanthemum. Ochsen drehen sich um, jeder heimwärts geht. Auf dem Beete steht Feigulein, Tulipan, Chrysanthemum. Im Garten stand das wackere Haus, ein schinkelscher Gelino. Sie trugen es Stein für Stein hinaus, samt der kleinen Madonna des Milo. Statt seiner stieg ein Kasten empor, banausisch und barbarisch. Ein Riesenkasten mit Komfort, für Leute mehr summarisch. Du alte Villa, fest und zart, mit deinen durchgeistigten Maßen. Wie stehen sie da vor deiner Art, die neuen, patzigen Straßen? Die Archiklepten von Anoyetz, die solch ein Viertel satt macht. Sie wissen, wie man Warmwasserklo setzt, doch nicht, wie man eine Stadt macht. Sie hängen sie an die Leiste, die Teppiche klein und groß. Sie hauen, sie hauen im Geiste auf ihre Herrschaft los. Mit einem wilden Behagen, mit wahrer Berserkerwut, Für eine Woche voll Plagen, kühlen sie sich den Mut. Sie hauen mit splitternden Rohren im infernalischen Takt. Die vorderhäuslichen Ohren nehmen davon nicht Akt. Doch hinten jammern, zerrissen im Tiefsten von Hieb und Stoß, Die Läufer, die Perserkissen und die dicken deutschen Plümos. Ein wünschbar bürgerlich Idyll erschafft, wenn du ihn trägst, der Füll. Er kehrt nach Vorschrift aufgehoben, die goldene Spitze stets nach oben. Wärst du ein Tier und sprengst auf Vieren, er würde seinen Saft verlieren. Trag einen Füll drum, du verstehst, damit du immer aufrecht gehst. Untertitelung des ZDF, 2020